Die Digital Concert Hall ist der virtuelle Konzertsaal der Berliner Philharmoniker. Das Orchester überträgt in der Digital Concert Hall all seine Konzerte aus der Berliner Philharmonie live im Internet. Diese Konzerte werden dann danach in ein Archiv gestellt, was jeder Kunde weltweit online abrufen kann. Wir versuchen zumindest sie erreichbar zu machen über alle möglichen Geräte, sowohl online als auch über TV-Apps, als auch über Mobil-Apps. Und es kommen immer neue Geräte dazu, wie die Amazon Fire TV Box oder auch die Kindle-Geräte. Die Philharmoniker versuchen immer an der Spitze der technologischen Entwicklung zu sein, mit dem Ziel und dem Wunsch, unser Publikum, was es auf der ganzen Welt gibt, direkt zu erreichen und direkt anzusprechen. Die Konzerte werden nicht auf DVD veröffentlicht, gehen ganz selten nur ins Fernsehen, sodass wer bei uns ein Abonnement hat, kriegt den Content tatsächlich exklusiv von dem Orchester für sich. Applaus